Ja, Lüchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, LOL! Mit dabei Ziggs, Lulu, Hikarim, Caitlyn und Irelia mit einem coolen Skin gegen das Gegnerteam Annie mit dem richtig coolen Skin. Ähm, Quinn, Needlely, Shyvana und Nasus. Ja, so weit, äh, dazu. Hallo, ihr! Hallo! Hallo! Äh, wen haben... Achso, die haben No Gang, Shyvana, okay. Dann starte ich mit Pots. So, ich baue jetzt erstmal eine Straße hier auf der Bot Lane, aber nur eine Dirt Road. Nur eine Dirt Road? Okay, aber musst aufpassen, gell, dann bist du nicht ganz so schnell. Ich würde eine Load-In-City-Road schreiben. Ich glaube, wenn ich genug farmen kann, äh, farme, dann kann ich auch eine Mikrochip-Fabrik auf der Top Lane bauen. Meinst du? Und? Meinst du, die invaden? Die mit Shyvana eher nicht. Wenn, dann unseren Red. Danke, Michi. Ich hatte auch keinen Rengar gespielt. Rengar ist voll cool. Was? Kannst du mir ein Fahrschlatt geben? Darf ich doch nicht... Darf ich nicht mehr so rumlaufen, die? Wen haben denn die erst dann... Ach, Shyvana, genau. So einen blöden Halbdrachen. Guck mal, ist das eigentlich dazu, ob ich Flussblatt geben will? First Blood. Suddenly your wife Blitzcrank appears. Ja, stört mal bitte, Jakob, damit, ähm... Der Druck weg ist, ja, ja. Oh, da ist ein welchen Busch. Da! Ja! Ja, okay. So ist das Schiss. Hier. Ist Andi, äh, nicht in Team Street? Wo sind die war? Du tanks, Matze. Pass auf. Okay, krieg ich die Erfahrung, krieg ich die Erfahrung? Danke. Sorry. Wofür? Die Erfahrung für die Minions hier. Ja. Junge. Hotline ist nicht gefordert. Wie sieht's aus mit Gangs Pro? Vielleicht komm ich mal von hinten und gucken, ob wir einen Flash von ihm kriegen. Von hinten? Ja, ich... Pony mag es von hinten. Oh, gut. Egal. Vor allem, du bist ja Experte in der Anatomie, sozusagen. Ich fand's... Du weißt, wie es sich gut anfühlt. Okay, lassen wir das. Der Andi-Skin ist echt jung, Leute. Ich kann nicht Lars hitten. Mach du auch nicht. Und ich hab drei Lagen. Das ist kein Lars hitten. Ja, ich hab ein Problem mit Omex-Tender. Das tut mir leid. Ja, genau. Ja, trade einfach mit mir, ist schon okay. Oh, leid. Was ist denn da los? Mit den Lost Hits? Ich hab' ich nicht Queen gespielt, sonst wär' ich ja noch schlechter wie die. Das kannst du nicht auf die Sitzelassen. Danke. So wie neulich, als ich mit Jakob gespielt hab, er hat mich ausgeladen. Das war so gut. Das ist mir so schade, dass wir das Spiel nicht aufgenommen haben. Du warst auch... Du hast auch so richtig schlecht gespielt. Ich bin Queen, ich bin neuer Champ. Ich mein, ich kann alle wegownen. Und krieg dabei übel auf die Fresse. Ich hatte mehr Kills als du. Und ich war dein fucking Support. Echt? Echt? Warum macht ihr so viel Schaden? Ich wollte nur Helga protect. Oh mein Gott. Ida. ok top ist aber sehr gepusht ich kann ja ich muss ihn die ich muss ihm die ich muss die krisen tower pushen ganz einfach ja gut ich habe mich noch ein bisschen gestorben war deine schuld hat das nicht gleich hingesetzt nicht geworben die kids alle gekriegt anny verteilt quinn und nidale ja genau das ist ein richtig witziges spiel oh mein gott ja das ist doch ein bisschen spät andy ja gut da war ich erst wieder in range ja ich hab's gesehen weil den hättest du jetzt doch sparen können ich bin eigentlich zu schwach als dass ich den irgendwie shit so drecks lucky ganz ehrlich ich kann auch nicht viel machen ich wollte gerade zum gang kommen dann bist du schon am sterben mich das war auch doof was du da gemacht hast ja das war auch doof ich hab wieder die falschen zusammen das drin so ein dreck und vor allem hast du dich nicht also spielen wir mal richtig ja können wir jetzt anfangen oder jetzt hat sie zwei kills ist deswegen ist eine herausforderung das kommt mal ganken ich habe ja ich habe noch ein paar äh 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 ok dann hast du ein bisschen länger in der aber wie sie einfach irgendwie 12 hp hatte oder so keine ahnung ich muss pushen weil ich will zurück ja ja ich warte hier so lange gesund weil er nicht weiß ob ich zurück bin oder nicht clever hat äh äh Ah, Eveshaan machte die? Der ist mal gespielt dabei, weil die richtig... ... überhaupt kein Deutsch gemacht. Hast du das nicht bei Eloher gelesen? Nein. Riot created a champ to counter other ADs. Er hat schon ein Bild über heute. Oh, shit. Ja, es war eine Falle. Ja, und da war eine Falle bei mir dran. Ich gehe jetzt wieder. Oh mein Gott. Warum bin ich nur so schlecht? Diesmal nicht, Emi. Äh, wir holen die gleich rüber. Ähm, ne, ich nicht so schlecht. Warum machst du so viel Schaden auf so kurze Distanz, ey? Weil die AP ist? Die Mitte ist Miss? Ne, die Mitte ist, äh, da. Mann, sehe ich wie auf der Mitte. Wie sagst du, dass die Mitte Miss ist? Wo ist das Bumko? Das war knapp. Und ich lauf noch rein, ey. Heute bin ich echt Brainer, auf Carlos Krachte. Holen wir dir den Bloober. Die ist jetzt bestimmt zurück. Ne, die ist noch da. Ne, die ist ziemlich lowlife. Die ist aber noch da. Ja, dann komm jetzt, hol dir den Bloober. Ja, komm. Also das wird ziemlich scheiße, weil... ... genauso es wird fett. Ja, ich komm gleich. Kann nur nicht. Ja, ist schon klar. Wolltest du nur sagen. Ja, ja, ich weiß. Danke schön. Ich geb auch mein Bestes, ich bin, äh... Äh, jetzt ist es das. Oh, lol. Die sind so schlecht. Aber witzig. Danke. Äh, immer noch SS? Ah, die kriegt bestimmt halt ihren Flug aus. Ah, die kriegt bestimmt halt ihren Flug aus. Oh, wie sieht's aus, Bottom? Sind sie da? Oh, wie sieht's aus, Bottom? Hm. Hm. Die? Ja, komm. Kann ich nicht. Oh, die ist da. Ja, immer noch, ja. Ah, nie. Mit ist wieder da. Mit ist wieder Mist. Ach du, mit ist Mist, mit ist Mist, mit ist Mist, mit ist Mist, mit ist Mist. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh nice. Habe ich da hingelegt gerade. Ja, richtig. Ich hab's gesehen. Richtig nice. Hast du ein Assist bekommen? Ja. Ja, super. Huh. Haha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. damit ist es ja dann ja auch jacob macht man mit der druck damit die mit ende da bleiben muss ja ich versuche es aber die macht die hat ein mords das ist das problem bei dir gewordet mazda weißt du das soweit ich weiß nicht mehr okay dann kann ich mal aber ich habe kein mahnung nach wie vor ja vielleicht können wir flash forcen ist mit uns schwierig oh ja ja ich komme auf jeden fall have you seen that focus ja ich focus nach so ist aber ich glaube ich auch drauf mehr wie gesagt wird das slow ist einfach krass ja das problem ist halt weil ich kann ich keine gangs krieg muss ich halt pushen wie ein blöder damit er möglichst viele krieg sich ein tower verliert ja das problem ist aber bei der combo werde ich halt gegenseitig ja richtig naja dies war halt pech dass die schiwana da war ja die kämpft top andy hey warum pusht ihr jetzt meinen tower warum redest du nicht mehr hier und ich habe einen plan Wir hören jetzt aufs sterben. Ja, okay. Hab' ne gute Idee. Hab' ulti. Hm. Ist ja nicht mehr da zu sein, die Gute. Ich hoffe, es ist nach wie vor miss. Äh, ne ist es auch miss. Boah, dieses... Also, Smartcast regne ich im Moment zum Teil echt aus. Warum? Was ist denn los? Ja, wenn's plötzlich auf irgendwelche Kilometer weit entfernten Minions castet. Wie sieht's mit Wards bottom aus? Ich glaub, die haben keine. Hab' ja... Hab' ja gesagt, greedy geworden sind, weil wir bevor... Hix ist da. Okay. Hm, ich will nicht grad. Ach so, Shyvana kommt auch runter. Ich weiß, ich geh vor ihr rein. Nuh, das gibt's nicht. Ja, also geht doch. Kauf Mess. Good job. Ich geh wieder in der Mitte. Wie seid ihr? Ich komm nicht mit... Oh, Andi! Genau reingelaufen! Ja, den hab' ich nicht gesehen, sorry. Da war ich mit Weglaufen beschäftigt Schon okay Aber alle Oh nein, Adi stirbt und Adi stirbt Okay, Bluboff, ja Bluboff, er ab Bitte, danke Ja, ich brauch sofort ein Top Ja, na, so ist nicht mehr lohn Kannst du das alleine machen, dann würde ich Top-Ganken gehen Wenn du ein Zwei draufhauen könntest, wäre nice Ja, dann Also ich hab seine Ulti, ich hab Ulti und Shitdeck, ne, der geht grad weg Okay Ja, ja Danke Ich setz dir mal ein Wort Mit ist Adi Ja Mit ist wieder da Nice, Leute, nice, top, nice Kedin Geh lieber Danke Gut Job Sehr gut NDS, NDS, NDS Alle Botten Ne, Adi holt sich ja im Bluboff Was soll Top-Hart? Michi, willst du dir Rack-Bach holen? Wird dir das helfen? Ja, später Ja, später Ja, dann hol ich ihn mir erst mal Äh, die machen Crack Oder wollen Crack machen? Oder weiß ich auch nicht Äh, wer ist ein guter Wort Andi? Oh shit, was macht die da? Glaubst du, ich bin da noch von hinten? Die Witze in meinem Räder, glaube ich Wenn die kommt Ich weiß gar nicht, das ist da und sie nicht Oder, Herr Kopp ist da in Gefahr Oh shit, ey Andy, Andy, wohnst du mich einfach Andy kommt und tötet euch jetzt weg Oh shit, ich möchte mich über die Mauer Warum chastet die? Aber ey, das war sinnlos Ja, doch gesehen Ja, wir waren zu greedy Also ich war zu greedy Ich glaub Äh, nice Schön gemacht Andy hat einfach Meine Greedie ist einfach supported Denk ich auch Ich denke auch, dass wir sie locker bekommen hätten C'mon, c'mon, c'mon Er wieder shop? Ja, mein Tower ist weg Kacken Noobs hier, ja genau Leute, von hinten kam Andy, er hat mich einfach hier one-shottet Das ist ein Scheiß Ich bin Burst Annie und ich bin, äh, lowbobzix Die machen, glaub ich, Tweak Oh shit Ich glaube, ich halte es im Gericht Oh mein Gott, ey Wurde es grad von Minions gefeelt? Ja, wurde ich Oh Gott Er hat genauso verschlagen, aber hat sich die Queels nicht noch killen konnten Äh, Annie ist erst noch Äh, glaubst du, wir kriegen einen SS zu zweit? Du zweit auf jeden Fall Du zweit auf jeden Fall Also du dürft inzwischen jetzt doch wieder Ulti abhaben Ah Aber ich will doch wohl irgendwie an deine Lane beaden Also ich kann jetzt auch, im Moment kann er nicht farmen, insofern Das ist okay, ja, er ist weg Okay, kommst du weg? Und wenn, dann, wenn er, und wenn er farbt, dann muss er das im eigenen Jungle tun Losi, dann kommst du schon weg Jakob, geh mal bitte zu Andi da unten Andi Komm auch Äh Falsche Richtung, Andi Na, ist das Mist Ich geb ihr kein Geld mehr, scheißegal Schnurp Oh, läuft Los ist Annie Sag mir nicht, dass die alle wegkommen Oh, Drecks Teebörse Ach, das gibt's noch nicht Das kann nie sein Ja komm, gehen wir rein Äh, ich Nee Oh man, ich hab gedacht, ich könnte Flash igniten Da hat die Range nicht gereicht Haben wir noch so, ob sie draufschmilzt, ist sie tot Ja, ich komm aber nicht hinterher und ich weiß nicht, was sonst macht er was Ah, die sind dann alle beim Drake Ja, die machen Drake Ja, den kann ich nicht contesten Das wird ja nicht zu langsam Aber wir können mit der Pushen, wir können mit der Pushen, wir können mit der Pushen Ja, die kommen aber alle So flirrt Jakob Das hat deinen Sinn Wir sind nur zu zweit Hä, meine Maus geht grad nicht Ah, jetzt wieder Ich pushe mal Top We're going, we're going Ich hätte Jax nehmen sollen, wir haben zu wenig CC Ah, wir sind einfach schlecht Ja, richtig Ach, richtig Nase ist es ignited Nice, so geht das heute Nice Und, Baron, oder? Mitte Pushen button Äh, ja, wenn ich Split pushen, dann muss aber einer reagieren Ne, der Tower ist weg Äh, wir stehen ein bisschen zu dicht Beieinander Genau Oh, die Schaden machen die schon Ja, schau doch mal was die hat Schau doch einfach mal die Items an, Junge Junge? Junge, schau dir doch einfach mal die Items an, du Arsch Junge Ja, das verlieren wir Du hast gefeatet Ja, hab ich auch Ich, ja Ich bin nur zwei Minuten gestorben Du bist schuld Doch, Andi ist dreckspiegel Nee, Andi, du machst das super Es ist, eigentlich sind die anderen Kacknoobs hier Die nicht chasen wollen und so Stirb, Tibbers Äh, du siehst die Niederlinge grad mit Humorgeschwindigkeit? Nee, aber ich sehe, dass Andy einen Flashdown hat Hier, komm, kill mir dir deinen Busch Hopp, hopp Der Ulti Nein, ich hab keine Ulti Komme LOL, wieviel Schaden die Kugel kommt Achtung, Andi ist auch noch irgendwo da Aber die hat kein Flash mehr Und die hat auch keinen Tibbers mehr Und das ist gar nicht Andi, das ist auch Masus Raus, 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 raus Der Ulti ist tot Die sind so gut wie tot und ich krieg, glaub ich, gleich einen Sperr in die Fresse Oh ja Oh, oh 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 Danke für's Also ich muss mir kurz Homegardschuhe holen Na, ich glaub das macht sogar Sinn hier Weil die brauchen wir Ich bin nämlich ich bin 80% geslowt. Wie wärs mit dem Blubuff? Ach ja, Top Farm. Ja, Blubuff finde ich geil. Ne, hast du dich erledigt, Chivana hat ihn gerade gemacht. Die alte Bitch. Sorry, sorry, wollte ich nicht sagen. Verdammt zu sterben, verdammt! Ich fang die Sperre mal ein bisschen. Da kommt der mit dem Blubuff abhauen. Michi, du bist ja so leid. Na ja, die hat Stunt Hilbers auf, ab garantiert. Das war voll worth it, Leute. Es gab 250 Gold für mich und ich hatte nur noch einen Assist. Good Job, Michi. Okay. Ja, shit, der hat einen Frozen Heart. Freut mich verarscht. Ach so, dann kommt noch eine Drache, kommt da noch angeritten. Ja. Irgendwie so allein, 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 allein. Ich bin ziemlich tot. Pony? Ja, wenn sie fürs Pony haben, sollten wir den Michi hätten. Äh, ja. Du bist so. Wir sind aber nur zu zweit, weißt du? Und ihr macht keinen Schaden. Also Matze schon, aber. Ich mach keinen Schaden. Ja, Matze schon, aber sonst niemand. Niiiice. Matze räumt auf, Matze so ne Killingspeed. Ja, die war grad out of position. Hab ich sie einfach mal geultet. Guck mal, wie ich traurig finde, Schenk. Nice. Da war's Pony. Ja. Ja, das war knapp. Es tut mir gut, wie der Reha zu spielen. Auch eine verlieren. Ja, der ist noch nicht verloren. Wollte weiter pushen? Na knapp. Ne, lass mal zurückgehen. Ja. Oder wer... Any spot, any spot. Weiter pushen. Ja, oder any killen. Ich steh auf ner Falle, die wissen, wo ich bin. Unser Red Buff ist ab. Michi willst du den hier holen? Ja, mach ich auch. Okay. Ich carry euch garantiert nicht mehr. Die gehen gleich E-Top. Ja, auch nicht. Fang mal an, Servier zu bauen. So, aber wer hält uns dann? Obwohl wir brauchen... Wir brauchen die Aegis, oder? Ja, gegen any. Ich würd's jetzt nicht bauen, aber... Hast du, wenn du genug... Ja... Hast keinen Red Buff? Hast keinen Red Buff? Hast keinen Red Buff? Wieso ist da kein Red Buff? Da kommt aber ein Red Buff. Da kommt aber ein... Double Buff. Aber die any ist so squishy, wir müssen die einfach nur kurz... Ja, richtig. Und da ist ne... Da ist was drin. Die macht halt einfach Stuntibbers in our face. Und ja, das Problem ist, wir haben... Problem ist, wir haben halt bald aus... Green ist auch noch position. Ja, richtig. Ja, aber ich hab keine Ulti. Irgendwo ist sie. Auf. Die ist zur Nase, hat zur Nase auch geschlossen. Er kommt dann, käme sie da um. Äh, ja, und ich halte mit. Ist okay. Wir haben uns wahrscheinlich... Oh, da ist ein Naisos. Stopp. Nein. Hier ist Ivano. Jetzt sind wir aber Out of Position. Ja, aber... Ihren... Ihr Main Tank fehlt. OOOOOO. Du hast ja... Der hat... Der hat... Der hat keinen Stunt. Der hat keinen Stunt. Oh nein, ich bin DC'd. Ah. Wenn er DC'd, müssen wir raus. tschüss Tibbers oh lau Hilfe ich geh nochmal zurück hier kann ich nix der ist zanz zanz shit ich hab mich umgatt wo es what the fuck oh oh feisse wir hatten das gebraucht um anzukommen genau der richtige hero für dich was ist der macht nix der richtige was er macht der macht richtig äh bot michi wir machen drake jaaa können wir es contesten ne aber ich hab sowieso sichtlich wir müssen es contesten nein müssen wir gar nicht wir müssen warten bis wir weiter auf das position sein ja ich brauche auch Farmen wir brauchen alle Farmen das ist nicht das Problem wir können nur jetzt keinen date contesten ähm alle hier wir haben den schon gemacht wieso ich den ja komm zu dir was ja zur hölle wie kommen die da rüber also was ist schon angeteilt na shit boss ja nasus 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 der ist zu tanky der hat seine ult und ja der sperr einfach fucking 900 schaden macht ja ich dachte wir machen die sowieso keinen schaden dachte ich ja die hat mage eyes leute die hat schon ziemlich gut effekt die hat 5 6 drauf deswegen macht sie schaden nur deswegen weil die bot gefiedelt hat so jetzt wisst ihr es aber schon ok hey wir gewinnen als team und wir verlieren als team Loser das auch immer das halten mag hahaha ich hab so Spaß mit euch ja das hilf mir komme oh mein gatt oh shit annie fokussend und ja gut ihr kriegt die annie ihr kriegt sie ihr kriegt sie bitte sag mir ja und dann stand ich irgendwie ein bisschen drin hahaha wieso schlecht Leute der Matze carried uns grad ne das ist euch klar ja hier gibt es nichts mehr zum carryen hier gibt es nichts mehr zum carryen guck mal wie wie quinn dich einfach kaputt macht ja weil wir gesagt ja die übeldumm gefeedet haben ja wieso feedet ihr sie so dumm hahaha ja ich war schlecht und Andi ist irgendwie nur halt hier ja ich bin auch total schlecht oh man report that support 0 8 9 report that jungler no gangs gg no gangs loser so ja die ist einfach hinterher gesprungen die hat mich schon äh angewählt als ich mich geötet hab voll krass wuh nice dodge haha ja klar weißt erst feedet er und jetzt klaut er die kills der alte sack du bist so hässlich du bist so hässlich du bist so hässlich Andi ja eigentlich müssen wir jetzt echt n Baron machen äh ja wie wir haben nicht besonders viel Map Awareness Was machen die Wölfe wieso stehen hier so komisch denn Da sind überall Niederlief fallen, ey, schau mal wieviel Schaden die mir gemacht haben, ich bin in 3 Stück reingelaufen Ich kann mir kurz stinken, EGIS Geh doch, so, jetzt sparen Ey, das ist der Ruined King aktive OP Ja, genau meine Meinung Ich hatte kurz Angst, dass ich dich eventuell kille Weißt du, als Baron, oder? Weißt du, als Baron, oder? Wir müssen das jetzt machen Ja, richtig, sag's auch schon die ganze Zeit Oh, lol Ne, das macht keinen Sinn Ja, ne, ist klar Sobald wir in die Baron Pit reinlaufen, werden wir von Niederliefsperren auseinandergenommen Also bis jetzt, bevor wir zwei EGIS haben, macht das absolut keinen Sinn Oh, shit Oh, shit Äh, ihr... Von mich ab... LOL LOL LOL, da hab ich grad so richtig bei Niederlief kam Diese Drecksperre, ey, das ist so übel Ja, vor allem... Oh, das ist doch bei den Dings, also nicht Ich sag mir, wir haben sie selber gefeatet, selber schuld Aber zum Beispiel bei den Dings Bei LCS und so Wenn die ein Gegner Niederlief hatten, haben die immer gewonnen Ja, klar Oh mein Gott, echt Äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie wir was wir jetzt noch machen sollen 890 Schaden hat der gemacht Ach komm, wir gewinnen jetzt einfach Wir machen einfach Protect, äh, 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 äh... Ja eben, wen? Äh, ja... Matze, Matze für Protect, Matze Schau mal, was der für Schaden macht Okay, wir, wir, wir... Michi, du bist für Matze gestorben Alles gut Ja, ich komm aber hinter den Niederlief, das ist das Problem Andy, Andy, bot, 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 bot Bin ich gleich tot Kriegst du, die kriegst du auch alleine, wenn ich lieber Bring auf den Creep und auf die Creep und sie Creep sie Ja, das Problem ist, dass... Das Problem ist, er ist alleine und ich hab keine andere Niederlief Weil es ist unser Carry Niederlie ist, äh Niederlie ist schon wieder voll wahrscheinlich Da N-U-iona Es war schonmal cool, dass wir die Annie bekommen haben Äh, Andy, bye bye Ich mach Ulti für dich Andy Ja, das war er Ja, mei, die Ulti macht eh keinen Schaden Die bräuch ich auch im Tieffeld nicht Ja, Niederlie ist wieder voll und einfach da Ich geh kurz Mana aufladen, bis gleich Äh, ja Ich glaub, die versuchen den PS den mit zu pushen würde ich sagen sammeln wir uns hier will diese dieser scheiß drache der frisch die ganze zeit fort ich laufe noch direkt rein ich beschütze mich in mir gerne wieso habe ich denn jetzt sind gerade nicht geflasht ja und ignite und mir und von wem noch das war der hiel der uns gekillt hat wieso habt ihr denn natürlich wieso habt ihr nicht gewillt gelassen mit einem heal 900 aber da kann ich auch nichts gegen machen äh ich habe kein geld dafür diese niederlie killt uns das ist echt krass er hat so viel ab hier ich habe flash ab und ich bin gerade so blöd reingelaufen ich habe mich fragt schnell du musst natürlich an die das lachen müssen nein noch nicht machen wir du alles platt ja wartest du noch auf mich hast du holt ich warte auf dich gut go ich mach ich bin schneller als wie du penta das war jetzt mein auftritt warte ich bring mir mal wieder power ja auf den nase oder wenn die nein ich hätte gerade auch so gesagt jetzt müssen wir halt deffen und gleich gegen niederlie mit baron glaubst du oh nein kannst du sagen das ist nicht wahr natürlich haben wir gewollt wie ich jetzt baron oh mein gott echt ich halte bot ich halte den shop ja dann halt auf bot ja ich halte den shop du bist auf der botlay mit mir du art jetzt kann das spiel enden jetzt habe ich 666 ähm ja 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 ich habe auch ein voll gutes score recht wer und andy auch nicht dann würden wir vielleicht gewinnen die fallen machen ja richtig viel schaden die haben wir gerade 5 wurde abgezogen äh um was zur hölle ach ja und die hat ja irgendwas was unsere magic resistance verringert ja die hat mit maximum cool reduction und alles also wir müssen wir müssen die irgendwie down kriegen und das war gegen 150 magic resistance nur so zu sagen ähm ich könnte auf die initiierten ich bin kurz weg ich meine hey also die double äh lass bei den 2 touren kämpfen wir kriegen gleich ne ich über einen minion wo ich rein ja ich meine also hier die die minions die die sind ja auch überhaupt nicht viele und das sagt man zum pony echte dass er ein tank ist eventuell und michi schön gedodcht die hat mir gerade 1500 charen gemacht andy andy lol na fuck hey ich bin in der falle gelaufen und sie hat mir 1500 charen gemacht why you chase so long ja die hat halt keine ahnung wie viel ap iac oh la 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 falle gliste richtung Na ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.